Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl bei der Sache. Gleich verlieren wir einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Wir setzen diese Kontrollpunkte für den Imperator! Zur Verteidigung ist zerschlagen. Wir müssen uns neu paubieren. Wir müssen noch um die Rebellen ein bisschen weiter an den Rebellen. Wir müssen noch nicht weiter. Wir müssen einen Rebellen für den Rebellen. Musik Skywalker ist besiegt Informiert Lord Vader Haltet nach Rebellen, Ausschau! Musik 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 Das Rebellenparker übernimmt gleich einen Kontrollpunkt. Weintliche Einheiten geordnet. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Unsere Informanten haben Leia Organa identifiziert. Sie ist ganz in eurer Nähe. Robert Fett hat Befehl uns zu unterstützen. Die Rebellion muss siegen. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Wir sind in der Unterzahl. Habt auf euch auf! Prinzessin Organa ist geschieden. Wir müssen eine Gegend... Die Rebellion muss siegen. Sie ist in der Unterzahl. Ich habe die Befehl, die Befehl müssen. Ich habe die Befehl, die Befehl sind in der Angelegenheit. Wir halten einen Kontrollpunkt, gut gemacht. Feindliche Einheiten in Reichweite. Geh auf, Geh auf, Geh auf! Unsere Spione haben Luke Skywalker entdeckt. Er ist ganz in der Nähe. Rebellen, hoch auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Schlagt sie zurück! Rebellen in der Zunde! Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Lord Vader wird euch helfen, diese Feiglinge zu vernichten. Die Gegner um zwei Uhr! Gleich gehört der letzte Kontrollpunkt uns. Schaltet alle verbliebenen Rebellen aus. Urhekalangriff! Unsere Scanner haben den Schmuggler Han Solo unweit von eurer Position geordnet. Schnappt ihn euch! Die Figur! Dieavaldung! Es war in der Nähe des Minいるens großen LebenselUST-Deputvielmals. Ihr cách im Ent Deaf was gut. Das war's für heute. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier.